Musik Das Ziel von Format W ist es, starke und wachsende Gemeinden zu fördern. Teamentwicklung, Begleiterschulung, aber auch eine Jungerschaftsschule. Und jetzt als nächstes wird es dann eine Gemeindegründungsschule geben. Unsere Vision von Jesus Freaks ist, dass wir wieder viel mehr Menschen haben, die vor Ort sind und die sagen, ich habe Bock hier vor Ort was für Jesus zu machen. Jesus Freaks zu helfen, das Bestmögliche, was ihn Gott gegeben hat, einzusetzen, damit viele Menschen Gemeinde als Otter leben, wo Jesus groß gemacht wird und sie Gott kennenlernen. Mit Freiheit und Kreativität nach vorne zu denken. Unsere nächsten Projekte sind, dass wir die Hardcore School wieder an den Start bringen wollen und zum anderen eine Gemeindegründungswerkstatt. Das heißt, wir wollen kleinen Teams, Einzelpersonen dabei helfen, auch kleinen Gruppen, sich zu entwickeln und wirklich so etwas wie Gemeinde zu werden. Sie eingebunden sind in ein größeres Netzwerk von Menschen, die Erfahrung haben, die sie inspirieren, die sie begleiten, die für sie beten, die einfach da sind und ermutigen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020